Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Borderlands mit dem Turby Hallo und dem Punkt. Mann was für eine Begeisterung ey. Wir wurden gezwungen. Bin ich freiwillig hier? Bitte? Das passt aber auch ne? So Turby und Tunkt. Was? Was bist du denn? Das ist der Boss. Ja renn gegen mich gegen das bringt dir viel. Ja, natürlich. Nicht da hinten bleiben. Man sieht nur noch Explosionen. Irgendwann werde ich in meinen Kommentaren lesen. Ey, du benutzt die Fähigkeit der Sirene voll falsch. Hehehe. Das war schon bei dem Ball voll schlecht. Riri Superbooster. Ja, aber das Schild ist voll schlecht. Explosionen! Wir brauchen mehr Explosionen! So und jetzt müssen wir hier irgendwo oben hin und müssen... Wir müssen noch zwei Kristalle suchen, oder? Was? Wir haben alle. Ja. Haben wir alle? Ja. Wo sind denn die Missionen? Kann ich runterscrollen. So, wo war denn das? Doch stimmt, Säurekistall. Ja, ok. Dahin ist auch jetzt eine Kiste, wo ich nicht hinkam. Das ist Reparaturquist, genau. So. Teilen. Gigantischer sind... Ich seh keinen. Medikit! Medikit gewonnen! Warum mach ich an den Viechern so viel Schaden? Ich versteh das nicht. Das machen wir alle. Das bist nicht nur du. Warum nehmen die so viel Schaden, die Scheißdinger? Das ist normal. Die nehmen von Schutz noch generell viel Schaden. Ok. Die sind nicht stark, die Viecher. Die sind einfach nur in der Masse. So wie Spider-Ans. Richtig. So. Also ich glaube, wir müssten jetzt dann da links lang, wo wir noch nicht waren, wo wir noch, glaube ich, Gegner stehen. Aber hier hinten war halt die Kiste, die Gott Franziger geöffnet hat. Uuuuh, Schrott! Oh, Glasmaut. Mich mitzuverkaufen. War bestimmt was für mich. Nein. Nein, das war nichts für dich. Diesmal, ne. Not today! Moni, Moni. Ah, ich halte dein Level ab. Warte! Hey, geil! 80% Schutzgeschwindigkeit. Da oben lag das drauf. Was war das nochmal für eine Klasse, oder? Bist denn du? Bist jetzt schon hingeheran? Ich hab keine Ahnung, wo er hin ist. Ich bin Richtung Quest. Ja, genau das ist das, was ich meinte, wo man da oben hin muss. Und ich weiß auch noch genau, wie man da hochkommt, glaube ich. Verdammte Mauer. Da gab's nämlich zwei Weg. You shall not pass! You shall not pass! Nein, 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 nein. Verdammt. Also wenn Pfann aus dem Weg geht, kann ich da hochgehen, oder? Pfann geht es selber hoch. Wo denn? Da, wo es grün leuchtet, Pfann. Oh, er sollte natürlich auch springen. Lass mich, lass mich! Ich will! Nein, komm nicht hoch! Hä? Jetzt wacht's schon. Ah, ich soll's schon nicht ausweiten. Gehen wir halt selber auch immer mal. Musste man dann alles selber machen. Wie bin ich da jetzt runtergerutscht? Egal. So hoch da und da rüber! Aha! Ich hab's! Es ist voll interessant, dass das nicht funktioniert irgendwann, ne? Mhm. Ein bisschen komisch ist das. Wirklich sehr interessant. Wo müssen wir jetzt hin? Ah, sehr interessant. Please tell me more. Du mich auch, Punkt. Du mich auch. So, gehen wir dann noch rechts lang? Ja, ja, Bruce, sorry, Crow. Er ist halt noch ein Pfleger, deswegen. Ich glaube, das war der, der noch eine Kiste hat, ne? Ja, der hat noch eine Kiste. Der hat eine Kiste? Wenn der irgendwo gezielt hinläuft, dann... oder? Ich weiß es nicht, weil es gibt halt verschiedene, die haben noch eine Kiste, aber... Nein, der hat noch eine Kiste. Der hat noch ein Inventar-Upgrade, wenn dann... Ja, das kriegen wir sowieso. Naja. Das kriegen wir automatisch, aber es gibt halt einen, der hat noch... oder es gibt halt welche, die haben noch eine Kiste. Oh, ein Klo! Oh! Sniper-Money! Kann ich nicht gebrauchen. Hallo, Schläger! Also raus hier? Er schießt schon wieder irgendwas ab, keine Ahnung. Ich hab gesagt, ich wollte wieder von der Gruppe ab. Ich hab gesagt, ich wollte wieder von der Gruppe ab. Ich hab gesagt, ich wollte wieder von der Gruppe ab. Nein, wir waren die ganze Zeit daneben. Ich hab gesagt, lass da noch lang gehen. Ja, warum denn? Und hört mir nicht zu, aber ich bin doch der Gruppenmannführer. Glaubst du, du bist der Gruppenmannführer? Ich möchte einmal der Führer sein. Was? Ja, der Gruppenführer. Was sagst du denn? Irgendwie treffe ich ihn auch nicht. Habe ich noch eine Kiste? Habe ich recht? Liegt hier noch eine Kiste? Ja, hier liegt noch eine Kiste. Ich treff den Typen nicht. Komm mal, eine grüne SMG! Welch ein Wunder! Und es ist eine SMG und eine SMG! Alter! Hey! Und hier liegt noch eine grüne SMG! Ihr müsst wissen, der Turby hat natürlich das Spiel gehackt und manipuliert es. Stimmt! Eigentlich sind da Raketenwerfer und Combat Rifles drin. Er hat andere Skins rübergezogen. Das hat jetzt halt dazu geführt, dass jetzt auch viele nur noch SMGs sehen. Jede Waffe in dem Spiel hat er nämlich umbenannt. Er hat auch jede Waffe umgewordelt. Wie gesagt, es wäre gelogen, wenn ich das nicht abstreiten würde. Wie war das nochmal in WoW? Da hast du noch irgendwas gesagt von wegen, du warst einmal in der Indie und hast vielleicht zweimal deinen Loot bekommen oder so? Ja. Ja, genau. Aber nicht nur einmal. Ja! Ich weiß, dass es zu oft so war. Der Punkt hat versucht eine Schnellreise. Ja, verkaufen, Mann! Ich sag mir die ganzen Sachen ein, wenn ich gerne das Geld davon hätte. Ich weiß nicht, was jemand... Hier ist doch eine Schnellreisestation! Hier ist eine Schnellreisestation? Wo? Ja genau, neben uns! Oh! Hier ist eine Schnellreisestation! Oh! Hier ist eine Schnellreisestation! Der Punkt steht vorne! Oh! Punkt, ey! Du wolltest es auch mal machen! Oh! Ja komm, dann mach halt! Jetzt weißt du mal, wie es sich anfühlt! Ah! Ich weiß, wie es sich anfühlt! Ah! 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 Das klingt auch leicht falsch! Wieso? Für mich klingt das ganz schön richtig! Punkt! Du magst es mal, wenn es von hinten zieht! Punkt! Hallo, ich bin Schurke! Was soll ich denn sagen? Oh! Jaja! Rogue! Das hört sich ja schon fast an wie Rouge! Es geht ja schon, dass du schwul bist! Ja! Und? Kein Waffenshop! Hat irgendwer den Waffenshop links? Was ist denn Waffenshop links? Wie gesagt, es gibt links einen Waffenshop, der random auftaucht! Wo denn? Aber wo denn? Hier! Da! Okay! Ich heile uns mal! Oder jemanden, der geheitern möchte! Wie gesagt, es geht jetzt mal getreten, random mal offen und dann kann man da ran! Ja! So! Wie? Erstmal Quest-Up-Game! Ehemaliger WoW-Spieler-Turby! Wie heißen denn die drei? Wie war das? Ähm... Stance von einem Hunter-Pad! Das einzige, was mich hier interessiert, ist Grenztiviel! Tod-Tot-Verpackt und Grenztiviel! Passiv, Defensiv... Ich glaube, es hat jemand gerade was von euch bekommen, was nicht so schlecht ist! Eine Säure-Artefakt zum Beispiel! Nein! Ich meine die Schrotflinte! Die Lerne! Äh, nein! Ich habe nur so Blister als eine grüne! Ne, 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 ne blaue! Okay! Punkt! Möchtest du meine haben? Die ist lila! Bitteschön! Boah! Bitteschön! Hey! Danke! Lister! Noch mehr! Hier, Texas! Hey, Mormony! It's dangerous to go alone! Texas! Wie schnell schießt die? Vor allem, ich wüsste ja gerne, was die macht, weil das hat ja... Was ist jetzt eigentlich besser, plus 19% Rückstoßverringerung oder minus 17% Rückstoßverringerung? Minus macht, dass du einen höheren Rückstoß hast! Ja, warum schreibt man dann Verringerung, wenn man sowieso ein Plus und ein Minus davor hat? Super! Keine Ahnung! Interessant ist, ich habe ja eine SMG bekommen, The Spy! Ich sehe was, was du nicht siehst! Ja! Hi! Ja, genau! Was macht die? Keine Ahnung, man kann damit ziehen und schießen! Äh, super! Gut! Ähm... Quest! Der Turby ist a Spy! Kill that Spy! Magic! Unsichtbar! Backstep! Hä? Was habe ich denn hier die ganze Zeit für Schrotflinten? Ich habe das ganze... Keine Ahnung! Die ganze Zeit das Gefühl, ich habe hier voll die komischen... Sooo! Und es gibt noch eine Granaten-Mod! Äh, stimmt! Ich habe auch das Spy bekommen! Wie viel Schaden macht deiner? Äh, 51 plus 35 Schaden bei kritischem Treffer und plus 38 Rückstoßverringerung! Ja, habe ich auch! Genau dasselbe! Ich dachte... Ja, gut! Weil halt der Blister oder welches Ding hieß, war ja auch ein anderer! Okay! Oh mein Gott! Ich habe XP bekommen! Oh mein Gott! Yeah! Mach 82 Schaden die Waffe! Halte ich! Und dann verkaufen wir nochmal die Explosive-Anhärungs-Dings! Und dann suchen wir diese Quest aus! Ich habe meine Skills vom Waffenherr! Oh meine Combat-Refel ist auf Level 11! Inwieweit bin ich eigentlich damit... Das könnte ja noch recht interessant sein! Ich hab mich gerne mal suchen! Ähm, das wäre so eine super Quest für mich! Oh, wie dumm ist das denn? Ich kann nicht auf dem Sniper nachgucken, was ich auf dem Sniper kriege! Ich bin Level 7 und kann nicht gucken, was ich auf dem Sniper kriegen würde! Äh... Das, ähm... Ist ein bisschen buggy! Und zwar musst du da, ähm... Äh... Mit der, mit der, ähm... Ähm, ähm... Ja, ähm... Nein, ich muss draufklicken! Oder mit den Pfeiltasten, wie gesagt! Okay! Okay! Das ist ein Bug, den gab es von Anfang an! Der hat sich nie geändert! Wie so viele andere auch! Mhm! Du solltest herkommen! Neues Inventar, ich muss nochmal umdrehen! Die Leiden haben Neues Inventar! Äh... Hey, ein Auto fällt vorbei! Jetzt öffne die Warte, die Tür! Bei mir nicht! Bei mir ja! Ein gelbes Auto! Aber wie hätte man es gehört? Du bist langweilig! Nein, ich bin nicht langweilig, ich habe ein cooles Mikrofon! Nein, es gibt keine Reise, vergiss es! Oh! Aber warum denn nicht? Aber warum nicht? Vielleicht dann laufe ich halt auch zurück! Dann geht halt die ganze Zeit darauf voll! Das ist dann alles eure Schuld! Gibt's hier nicht eigentlich auch irgendwo... Hier gibt's doch bestimmt einen Dockladen, oder? Ja, hier vorne bei mir! Weißt du, hier vorne bei dir! Da hinten irgendwo! Hm... Ah, meine Gier! Einfach mal gekauft! Was erhöht die eigentlich für Stats? Bringt die irgendwas momentan? Keine Ahnung! Auf jeden Fall macht's ihm Schaden und macht hohe Geschwindigkeit! Und tötet! Und tötet! Das Interessante ist, also theoretisch müsste ich das jetzt angezeigt kriegen, aber es wird mir nicht angezeigt, obwohl ich's habe! Theoretisch müsste mir das angezeigt werden, aber mir wird's nicht angezeigt, weil ich es haben müsste, weil ich es nicht angezeigt bekomme! Hä? Yes! Oh ja, ein SMG suchen! Juhu! Ja, natürlich! Ehre, wem Ehre gebührt! Loot, wem Loot gebührt! Was? Keine Ehre! Ja, aber Loot! Ja! Sau! Steib, Psycho! Steib! Steib! Cool! Steib! Da kommt noch mehr! Tot! Und könnte auch einfach weiterreißen, Aber nuh… Das wäre doch merkelig! Ja! Nein, nein, da war ne Waffe! Verdammt doch mal! Alter, was macht ihr da? Ich will auch irgendwann gerne mal weiter, aber der Terbi will anscheinend nicht. Nein! Ich hab ne grüne SMG gefunden. Nein! Nein! Ich hasse diese Ebene. Ist doch schön. Nein, das ist die schlimmste Ebene im Spiel. Gibt's doch ein Bad Ending. Wo müssen wir denn hin? Erstmal. So weit. So schlecht. Wir haben hier mehrere Quests und nicht nur eine. Voll überfahren. Hey, ne grüne Waffe. Ne grüne Waffe. Lass mich raus, ich will die grüne Waffe. Weg. Dann geh halt. Nein, es ist der Terbi, sieh auf. Ähm, was für dich sogar. Da können wir nicht, ach Gott. Da ist ein Lootvieh, ich kann es nicht töten, weil es so hoch hängt. Da, der Rack. Der Rack ist ein Loot-Rack. Komm wieder runter, du Scheißvieh. Wir dürfen den ganzen Weg zu Fuß gehen. Ernsthaft? Wo ist der Loot-Rack? Steig aus, endlich, Mädel. Mach hin. Bitteschön. Äh, Loot-Rack. Ah, wer hat das vom normalen Rack angegriffen? Ein schlechter Schild. War ja klar. Äh, ja, wir dürfen den ganzen Weg... Hm, wir stellen dir einige Sachen wieder ein, die mir nicht gefallen. Ich bin aus dem Scheiß-Fahrzeug gestiegen wieder. Neeein. Elf XP, elf XP, elf XP. Ja, das geht doch auch, weil... ... der Punkt schon wieder ein bisschen am Rappen ist. Serienkiller. Ah. Oh, noch Revolver. Oh, geil, ein Jacobs Revolver. Damage. Ah, ja, ja. Jacobs Revolver. Hm, 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 hm. Jacobs sind die coolsten. Jacobs sind vorhin die mächtigsten und sie sehen am geilsten aus. Jacobs finde ich irgendwie nur bei Borderlands 2 gut. Nee, du hast Borderlands 1 aber nie gespielt, oder? Ja, richtig. Ich weiß nicht, was machen, was machen denn Jacobs Waffen hier in dem Spiel? Sie sind die mächtigsten Waffen im Spiel, nach Atlas. Aha. Ganz einfach, weil sie die mächtigsten sind. Hier haben wir noch eine andere Quest, hier haben wir noch eine andere Quest. Wir machen jetzt aber gerade die, denke ich. Wir können dir mitmachen. Ah. Ah. Schüsse. Sornse Front. Äh, äh. Boom. 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 Ein Stein. Ah. ein stein ein stein ein ganzer stein ja das war eine stoßstange außer den stein 15 minuten ja ich bin warte mit einem kopf ich bin schlecht ich könnte mich gerade töten lassen aber oh geil die gibt es zu verkaufen ich gehe von dem beim stoppen kümmere dich nicht um die feinde das tue ich nehme das geschütze ich hole nur kurz mal den knallharten bett ist hier her oh gott das habe ich jetzt getroffen noch das geschützte auf der brücke ja irgendwie hat es geschützt hatte ich das geschützt fast dauernd aber es hat mir trotzdem noch getroffen ja ja dann würde ich mal sagen 15 minuten 16 minuten ich werde angegriffen was soll ich tun zum beispiel kill him kill him kill it with fire doch endlich wir wollen weitermachen okay bis zum nächsten mal